Und los. Tür zu und hoch. Termine, Termine. Hey, Platz da. Ah, mein neuer Lieblingsfilm. Holakratie. In der Holakratie schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass jede Stimme gehört wird. Es beginnt immer mit der Frage nach dem gemeinsamen Purpose, dem Sinn. Wofür ist eine Rolle da? Und dem Zweck. Was soll die Rolle tun? Ist das erfolgt, werden Kreisstrukturen gebildet. Kreise verbinden konkrete Rollen miteinander, die am gemeinsamen Purpose arbeiten. Ändern sich Anforderungen, kann man schnell und unkompliziert darauf reagieren. Denn die Kreise sind zwar eigenständig, aber vernetzt. Die Holakratie-Konstitutionen sind die gemeinsamen Spielregeln, die dafür sorgen, dass alles gut funktioniert. Und ein sogenannter Kalter-Prozess wird immer kombiniert mit einer warmen Haltung. Das führt zu besserer Kommunikation und besserem Miteinander. Obwohl selbstständig arbeitend, laufen alle in die gleiche Richtung. Dafür sorgen unsere drei Monatswegweiser, die OKR, Objective Key Results. Holakratie ist nichts für Leute, die starre Strukturen gut finden. Holakratie ist etwas für Leute, die auf Klarheit und Anpassungsfähigkeit stehen. Die Lust darauf haben, mitzugestalten. Ich liebe diesen Film. Der ist noch besser als Matrix oder Deep Space Nine. Boah, toll. Was ist das? Boah, toll. Boah, toll.